und damit Willkommen zurück zu The Witcher Folge 43 ist es wenn ich richtig liege ich habe schon mal gerade mal geguckt was für Quests wir gerade noch machen können das ist einmal die Dankbarkeit des Totengräbers würde ich jetzt mal so sagen ah ja stimmt genau wir müssen uns entscheiden entweder die Erlaubnis in den Friedhof zu betreten entweder müsst ihr zu Thaler oder zur Stadtwache Thaler müssen wir Geld zahlen Stadtwache kriegen das vielleicht kostenlos ich würde sagen wir testen erstmal die Stadtwache vielleicht der Vincent vielleicht hat er ja kostenlos was für uns oder vielleicht sogar der Gefängniswärter unten im Knast und danach sollten wir auf jeden Fall um Mitternacht ins Krankenhaus gehen um die Autopsie zu vervollständigen was ich finde auf jeden Fall uns weiterbringen könnte ich würde sagen wir gehen erstmal zur Stadtwache ein zwei kleine Lecks hier hat nur eine und das bin ich das weiß ich auch nicht die ist so weit weg immer kannst du mir was aussteigen jeder trollt euch er trollt uns nein das wollen wir auch nicht irgendwie Draft ich bin ja so schlau würde ich sagen die spawnen ja immer wieder diese Hunde Vincent Mais Vincent Mais Was gibt's Hexer? Könnt ihr mir einen Pass für den Friedhof besorgen? Ihr beschuldigt mich? Und dann wollt ihr meine Hilfe? Ja Betrachtet es als eine Möglichkeit eure Unschuld zu beweisen Haut bloß ab Ich werde euch nicht bei euren privaten Nachforschungen helfen Es kommt nur Mist dabei raus Könnt ihr mir einen Pass für den Friedhof Ihr beschuldigt Betrachtet Haut bloß Ich werde Schade Schade Ich frag mal nochmal den Kerkerwächter Vielleicht kann der uns noch was besorgen Ach das wäre super Okay Der hat auch nichts Neues Schade Ich will kein Geld ausgeben bei Thaler Das ist so Nicht schon wieder Wir kommen nie zu einer neuen Rüstung Wenn das so weiter geht Soll ich es nochmal bei Siegfried versuchen? Ich glaube ja Ja Gehen wir nochmal zu Siegfried Weil die können ja irgendwie auch nichts machen Siegfried Und sonst gucken wir mal was bei Thaler überhaupt kostet Gehreit Ah Kannen wir auch schon Schade Ich werde dem Orden gerne sehr gerne beigetreten Aber er will irgendwie nicht Unser Charakter Gehreit Gehreit Will dem Orden nicht der Weitheiten So Thaler Wo wohnst du nochmal? Ja Schmied Wiebaldi Heikstein Kriegsloß Scharni Wo wohnt denn Thaler? Wo wohnt denn Thaler? Ähm Ahja Ha Sind wir vorhin vorbeigelaufen Super So Da sind wir ja schon fast da gewesen Aber ich wollte erstmal alles abklappern was mir so eingefallen ist Wie seltsam Ja sehr seltsam Ne? So Geradeaus An der Meteoriten Einschließkrater Leichenverbrennungsgrube vorbei Gehen wir in Thalas Haus So Was haben wir denn? So Was haben wir denn hier? Einmal den Thaler Also was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Nicht ganz Könnt ihr mich in den Friedhof reinbringen? Ich kann alles mögliche machen Aber mir ist grad nicht danach Wie kann ich euch umstimmen? Diese verdammte Ermittlung fängt an lästig zu werden Beweist meine Unschuld Erklärt mir Warum die Wachen euch tolerieren Haha Das ist streng vertraulich Man muss eben wissen wie man gut über die Runden kommt Gut über die Runden kommt? Sowohl die scheiß Wachen als auch die bekackten Diebe brauchen mich Ich hab Abmachungen mit beiden Und das macht mich unberührbar Achso Also was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Zeig mir mal eure Waren Was hast du denn? Das mit den Runen habe ich immer noch nicht gerafft Oh gut Der Schmied meckert auch gerade Was haben wir hier? Bernstein Nein Und 100 Was? Das ist 100? Ach krass Und es gibt schon 300 natürlich Die Ringe Die Ringe sind auch nix wert Können wir eigentlich mal verschenken Ah den behalte ich mal Ah den braucht keine Sau Die haben ja nicht mal irgendeinen Bonus Das ist voll lame Nee aber ich würde gerne Also was darf's sein? Nein Aber gerne mit dir nochmal einen trinken Oh ne Runde Poker Nee erstmal einen trinken Weil Äh wo habe ich Habe ich das? Genau Wenig Alkohol Vielleicht wird er dann Zum Teufel damit Betrunken und freundlicher Und wir können die Schulden ihm ausgleichen Wär halt schon schön Und noch ein Humpen Alter ist der immer noch nicht ratzevoll Ernsthaft? Wie kann der saufen? Oder kann ich einfach aufhören? Ich mach nur noch einen Und dann mach ich mal das x x Bist du immun oder was? Also was darf's? Alter Komm ich spiel doch nur Poker Was? Boah bist du behindert ey Das ist ja unfassbar Der Typ der hat's Oh Drilling Warum? Warum kriegt ihr denn direkt eine Straße? Und? Ja ein Vierling Ist besser als eine Straße oder? Komm Nix Yes! Sauber Runde Okay Okay Würfeln wir Hm Zwei Fünfer Zwei Pärchen und eine Eins Okay Ich Bleib niedrig mit dem Geld Weil hier weiß man leider nie Was man würfeln wird So die Eins Wollen wir weg machen Vielleicht kriegen wir noch eine Vier oder eine Zwei Äh eine Fünf oder eine Zwei Eine Sechs Ja gut Deswegen ist es High Hand So was machst du? Sehr gut Achso kann ich gerade bei den Runde pennen Bis Mitternacht Ich komm ja scheinbar irgendwie nicht auf den Friedhof Ich muss eine Unschuld beweisen So keine Lust drauf So wir meditieren Eine Stunde vorher Weil die Zeit geht ja relativ fix um Laufen wir noch ins Krankenhaus Und dann sollte das alles klappen So Naja ist okay da dann Jetzt sind wir nicht mehr betrunken Wir können jetzt laufen in Ruhe Na was sagt die Zeit? 13 Gerns Gucken wir schnell Das geht mit den Zeit Ich bin müde Ja geh nach Hause und was haben wir? 13 Ich muss ets warten Bisschen Grebe Und 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 was haben wir? Null uhr Schnell rein Ähm, wo wird denn die Autopsie gemacht? Da, hallo. Wir werden alle sterben. Hallo, Shani. Bereit für die Autopsie? Fangen wir an. Ist das ein bisschen dunkel hier alles? Gucken wir mal, ob man das später noch sieht. Gucken wir mal, den Weichen, so. Also, ne. Ziemlich gemerkt. Ich will sie mal jetzt nicht stören. Die macht das ja so toll gerade. Weiß zwar nicht was, aber... Was haben wir hier noch drin? Schwarzpulver und Nierenfett. Ne, komm. Bleib weg. Ich könnte mal... Inventar gerade mal sortieren. Habe hier ein bisschen mehr Platsch. Die können wir noch an Dings verkaufen. Na? Oh ja, Alter. Mal sollte das gehen. Kriege ich noch mal ein bisschen Kohle rein. Die Salamander-Abzeichen. An, ähm... Lewan... Was weiß ich. Dowski. Lewaden. 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 Irgend so was. Ähm... Ähm... Scharni. Wie lange... Was mischst du da? Volkszugehörigkeit Mensch. Geschlecht männlich. Verletzungen schwer. Scharni. Das ist hier kein Vorlesungssaal. Wie auch immer. Er starb gestern und wurde in Stücke gerissen. Hm... Ein Wehrwolf? Es ist Vollmond. Würde er sich dann nicht in einen Lykan-Tropen verwandeln? Vermutlich. Geralt, ihr braucht mich nicht auf die Probe zu stellen. Ich bin ein Profi. Also weiter. Könnte ihm ein Mensch diese Verletzungen zugefügt haben? Nur mit einem Kiefer von einer Elle Länge. Ja... Hab ich gestern noch gesehen, ne? Das Knochenmark wurde ausgesaugt. Müssen Aasfresser gewesen sein. Höchstwahrscheinlich. Es schleichen viele um den Friedhof herum. Also wurde er erst nach seinem Tod in Stücke gerissen. Mich interessiert die Todesursache. Ich sehe auch Stichwunden von einer zwei-fingerbreiten Klinge. Hm... So... Sagen wir, der Dolch eines Meuchlers? Ich frage mal, was kann das bedeuten? Was kann das bedeuten? Nichts. Jeder könnte ihn so zerstochen haben. Hm... Er ist blöd. Sein Kopf, seine unnatürliche Hände verdreht. Äußerliche Zeichen sind ja in seinen Nacken und Handmuskeln wirken verkrampft. Woran erkennt ihr, wann er gestorben ist? Der Dolch eines Meuchlers. Ja, das könnte halt jeder gewesen sein, sagt sie auch. Äußerliche Zeichen sind nicht alles. Seine Nacken und Handmuskeln wirken verkrampft. Woran erkennt ihr, wann er gestorben ist? Normalerweise kann ich das an Muskelstarre und Gewebedehydrierung abschätzen. Aber die Leichenstarre dauert schon zu lang an. Es heißt, erfolgreiche Autopsien beruhen auf Neugier. Sollen wir nachsehen? Untersuchen wir seine inneren Organe. Wir wollen ja keine Vermutungen aufstellen. Ja... Hat sie recht. Seine Schulter hier wirkt irgendwie komisch und sein Kopf auch. Obwohl ich ja nicht mehr wirklich den Kopf erkennen kann. So, hast du untersucht? Die Symptome sind merkwürdig. Genau wie die Todesursache. Diese Verletzungen sind zu offensichtlich. Ich vermute noch etwas anderes. Gift. Wenn ja, dann eine seltene Art. Vielleicht das Gebräu eines Alchemisten. Kalkstein? Aha. Die Leber ist komplett zirotisch. Das war offensichtlich ein starkes Gift. Das riecht nach Alchemie. Kann man das nachweisen? Ja. Normalerweise bewirken Gifte von Alchemisten gewisse Veränderungen. Dann lasst uns danach suchen. Sehr gut. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Wir werden alle sterben. Das ist eine Art Fluch. Oh ja, im Kopf sollte sie auf jeden Fall was finden. Guck mal, ich kann durchgreifen. Nehmt nicht mehr. Achtung, jetzt wieder. Ja. Ja. Ja, ist irreführend, ne, Shani? Dachte ich mir auch. Deswegen, mal gucken, was sie neue Infos hat. Sie ist ja relativ fix da drin. Also, was sie im Kopf gefunden hat. Wie ihr seht, hat man die Zunge stümperhaft entfernt. Es wurde jedoch ein wenig schwarzes Gewebe übersehen. Schwarzes Gewebe? Ja. Das Gift verursachte eine Nekrose der Zunge. Darum hat der Mörder sie entfernt. Also können wir davon ausgehen, dass der Mörder ein begabter Alchemist ist. Ein begabter Alchemist und ein stümperhafter Chirurg. Kalkstein. Er wollte den Banditen die Schuld in die Schuhe schieben, rechnete aber nicht mit einer professionellen Autopsie. Danke. Das ist der Beweis, den ich brauchte. Gut, ich bin erschöpft. Du hast nichts gemacht. Okay. Chani, ich will sie nochmal danken. Kann ich nicht mit? Ich will mit ins Bad. Chani, lass mich mitgehen. Nein, ich will auch eins. Ich will auch eins. Geh halt. Wir gehen jetzt aber zu so Kalkstein. Oder. Oder wir gehen gerade nochmal zu Thaler. Und sagen ihm. Wenn es die Möglichkeit existiert, dass er unschuldig ist. Ja. Tun wir das. Thalerlein. Pack deinen Geldbeutel ein. Wir sehen. Nein. Wieso? Wir sehen. Okay. Gibt es noch nicht. Das heißt, wir gehen als nächstes zu Kalkstein. Kalkstein. Vielleicht hat er einen Grund, warum er das getan hat. Ich bezweifle es aber. Ja, komm. Hier habe ich jetzt keine Zeit für. Machen wir später, ne Jungs? Später. Da kann ich mich lang. Da. Ja, tötet ihn da hinten. So, das müsste Vincents Haus sein. Äh, 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 von, wo war die? Kalkstein, sag ich doch mal. Wie ich das noch im Kopf habe, diese ganze Mettung. Wahnsinn. Kalkstein. Ey, Kalki, mach auf. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Du hast geträumt. Ich hatte geargwöhnt, dass ihr mit Jahwe zusammenarbeitet. Ihr haltet mich für den Anführer der Salamandra. Ha, 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 ha. Ich lach mich tot. Ich bin ganz sicher. Mit dieser Maske des Gelehrten haltet ihr mich nicht zum Narren. Ha, ihr seid ein Narr, Geralt. Was der ist... Kein Stein. Nichts. Okay. So, da ich den jetzt... Boah, Alter, lasst mich in Frieden. Kann man hier nicht mal in Ruhe rumlaufen. Okay, ich... Boah, Zwerg greift die mal an. Ist das das Schwert? Oder gegen die meisten? Ja. So. Kampfstil wechseln auf den Speeder. Nehmt das! Und... Bisschen Lebensenergie noch nebenbei achten. Alter, wo kommen die ganzen Typen denn immer her? Das kann doch nicht angehen, dass die irgendwie jede Nacht hier erneut auftreten in diesem Lager. Komm schon, jetzt kill ihn, bevor er mich jetzt umbringt. Boah, Welt-Erfinder. Zwergen Überreste, brauche ich nichts. Komm, alles nehmen, kann man gleich was sortieren. Oh, ich hab jetzt ein bisschen Deutsch wieder. Cool. So. Boah, was war das? Ah, hab ich mich grad erschreckt. Nein, wir könnten gar nichts. Okay. Gehen wir mal zu Taler. Da können wir auch eine Runde pennen. Boah, diese Banditen hauen so ordentlich rein. Die hauen so rein. Aber wir schauen mal in der nächsten Folge, was wir Metalle noch so anstellen können. Vielleicht haben wir jetzt eine neue Option. Bis dahin. Bis dahin. June